Wie war, ich bin da. Weiter geht's, haha. Oh mein Gott, so ein Müll. Ich hab voll vergessen, dass ich gerade an einer nervigen Stelle war. Hm. Vielleicht sollte ich doch wieder aufhören und einfach das nächste Mal weiter aufnehmen. Das klingt auch nach einer guten Idee, nicht wahr? Ja, ich weiß, ihr haltet nicht viel davon. Ihr seid eben nicht auf meiner Seite. Behandelt mich wie eine LP-Maschine. Oh, verdammt, egal. Ich mein, ich behandle euch ja auch nicht wie Zuschauer. Du hast mal ungeplant, das wollte ich gar nicht. Sieht schon besser aus. Ein kleiner Stein. Bam. One Heat. So mag ich's doch. Was ist passiert? Ging zu schnell für dich, war. Awesome. Trau dich rück, mit mir zu kämpfen. Warum sollte ich? Wow, ein Mautzi. Mautzi sieht so genial aus. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so niedlich. Und ja, ich bin nicht schwul und ich bin ein Kerl. Und ja, ich habe niedlich gesagt. Wer damit ein Problem hat, kann von mir aus hoffnungslos irgendwo in der Gosse verrecken gehen. Aber egal. Ich mein, das ist ja irgendwo mein Problem. Bam. Mir ist langweilig. Irgendwie. So ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Also, hier ist nix. Da wird's dann dann. Und ja. Will. Und so, ne. Dich mach ich platt. Ja, warum du wohl besiegt wurdest. Vielleicht, weil du schwach bist. Oder, weil du zwei Pokémon hast. Bis. Bam. Na toll, jetzt kann ich wieder ins Pokémon Center marschieren. Toll, ey. Das nervt doch. Pipi. Pipi sieht auch nicht so schlecht aus, aber ja. Das könnte schöner aussehen. Und es könnte aufhören, mich zu schlagen. Das ist irgendwie... nicht niedlich. Und ich könnte aufhören, paralysiert zu sein. Das war der Zauber, der Zauberhasen. Oder der Zauberhasen. Da fällt mir ein, wo zur Hölle ist der Unterschied zwischen dem Hasen und dem Karnickel? Und jetzt sag nicht, wie sie sich vermehren. Egal. Es geht weiter. Da, 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 da. Oh. Oh, oh, oh. Ne, das... Oh, man. Mag nicht. Ich muss mir die Drecks vor allem Blitz besorgen, aber ich hab keine Lust. Oh, oh. Bam. Fight. Prepare to fight. Hm, 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 hm. Oh, deine Pokémon will kämpfen und... Das ist mir egal. Was bist denn du? Ein Pokémaniac? Du bist hässlich. Ähm. Gut. Es geht weiter. Bis. Tragosor. Tragosor. Knochenkoil. Äh. Ähm. Nein. Das. Irgendwie uncool. Mag nicht. Mann, no. Armes Zauberhäschen. Voll draufgegangen. So. Bam und so, ne. Und ich hab ja kein Klug mehr mit Intrax, bro. Verdammte Axt. Ich hab's so scheiße gebaut. Äh. Ha. Äh. Ha. Tragosor, geh sterben. Weckmann, du auch. Headbutt. Headbutt. Okay. Das Ganze läuft irgendwie aus dem Ruder. Gott sei Dank hab ich alle Pokémon trainiert und nicht nur eins. Hm. Was zur Hölle soll ich sagen? Nix. Game over. Hey, jetzt game over. Würde ich dich boxen, du Flasche. Vor allem, weil das Pokémon ist. Wenn man hier es wirklich schafft, game over zu gehen, dann hat man meinen Respekt. Dann hat man wirklich meinen Respekt. Das ist ne Hammerleistung. Ja. Gibt's hier nicht Kämpfe? Ja. Wenn sie nicht wollen, ihr Pech. Benweit. X. Du bist entkommen. Wow, zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Wow, zu Hause zeichne ich gerne Mangas. Wir haben was fast gemeinsam. Flasche. Wahrscheinlich bist du fürs Charakterdesign verantwortlich. Was denn Klutex so einfach so zu Eiscreme? Da, 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 da. Da, voll treffet der. Warum kannst du nicht mal den treffen? Nein, das war so uncool. Nicht immer verwirrt. Das ist positiv. Oh, 28. Neue Attacke, neue Attacke. Nein. Toll. Mist. Ich bin erschöpft. Wow. Du hast zu viel gezeichnet. Jetzt ist dein rechter Arm wohl ganz taub. War? Von den ganzen Bewegungen. Ja, gab's nix. Und wer? Meine Fresse, schon wieder Mascholo. Das geht ja mal gar nicht. Ich komm nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Trickszicke. Ich weiß nicht. Irgendwie bin ich heute so ein bisschen sehr beleidigend, oder? Ich sag mal nix dazu. Und ich halt mich heute einfach ein bisschen zurück. Oh mein Gott. Mir ist so langweilig. Ich hätte schon fast angefangen zu singen. Das ist uncool. Das solltet ihr eigentlich nicht hören. Naja, vielleicht heute später doch mal. Um euch zu ärgern. Hat der mich gefragt, ob ich was über Spaßvögel erfahren will? Wie dumm ist der? Hier, Furion schlägt. Oh, Ben White. Warum musst du nicht treffen? Ey, das geht doch gar nicht. Ja, klar. Das dienen kann natürlich sofort Raserei. Was zur Hölle? Das bekommt ja wohl nicht jetzt für jede Attacke, die ich benutze. Raserei, oder? Das wäre übertrieben bei Furion, Schlag und so. Los, Ben White. Geht doch. Oh nein. Let's try it out. Mach du mich? Demmisch? Alter, machst du mich? Ja, machst du mich. Letzte Attacke vor dem Tod. Awesome. Ja, vor allem Quabby-Dings da und Bodyslam und so da noch. Oh ne, ich muss schneiden. Naja, einmal kurz zu euch, ne? So, das war's. Wir sehen uns.